ganz ganz safe die sprünger aber Patrick Lehmann auch Mann das war jetzt hier habe ich da auch gar nicht mehr hinkommen kann ich dann doch so schlagen du bist so ein Idiot ist ein verkackter Ernst ist das ein verschissener ernst dafür kriegst du ein Buch er wollte erst mal die Challenge teleportier dich zu mir ich mach die Challenge kaputt weil ich zu nur wie ich bin das war alles deine Schuld das war auch ich sehe die kaputte Stelle so jetzt können wir weitermachen ist das nur ein Buch das ist mir jetzt egal weil du schreibst ganz herrlich habe ich bei wein allen L zu viel so lol wie macht man denn so was ich nehme dein Buch ist das ein Endpunkt Pracht entsteht für den die Krüger hey Leute jetzt bin ich hier hinter und jetzt was auch nicht wie das geht ne nein wie soll ich wie geht das denn du kannst auf die Tür springen ach so nicht ist ne Holztür wie geht das denn Leute verstehe ich nicht fertig das habe ich noch nie gemacht mit der Holztür ist mir neu Leute nein ganz halt echt nicht ja wie soll das gehen ah ok hab verstanden weißt du wie du draufkommst im Sprung die Tür aufmachen ja du brauchst KMW oder sowas drücken du brauchst die Affen nur hinstellen brauchst du auf die Ecke zählen ganz am Rand stehen dann hochgehen ah ok das hat die hier sechst was geht das nochmal springen und dann bist du auf den Block drauf lol wie boah wie fett oh ok ich mach dann schon mal weiter naja so das solltest du jetzt schaffen ok bin ich ein bisschen zu spät gesprungen so jetzt muss ich ja die gleiche scheißnummer anwenden ja hä ach so das ah ok lol 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 ok ja klar der Blockhauter schon alter wie schnell der Blockhauter nein da unten ist der Schalter was unten links ach so ja und dann hast du den schon gedrückt ja da passiert nichts ne passiert nichts kommt nur die Blockhauts gefahren flall drück mal drauf danke ja oh lol lol äh fuck da ich die erst ich könnte mir richtig nice entschieden man sollte auf den Schalter draufdrücken nein ja pack noch mehr rum ja das mach mal hin ich komme mir nie aus den Blöcken raus geht doch endlich also bin da lol lol das ist mies nein du weißt ja in der Sprinten und wenn du über der Decke es dann springen nein da habe ich aufgehört zu springen ey ich voll noob lol wie soll man denn da springen da sind nur noch zwei Blöcke Abstand fertig du musst wenn du wenn du Decke über dem Kopf hast dann musst du anfangen beim Sprinten zu springen ah lol oh das will ich mir aber kurz hier ok da ist so die Challenge nein da hing ich in der Wand lol sag jetzt nicht ich muss die Kacke von vorne machen ja ne ok alles klar ja aber dann rennt der nicht mehr bei mir ich muss du darfst nur nicht zu nah an der Wand stehen drück mal betrachten du hast mich grad auf ne Idee gebracht scheiße weil ich nicht im richtigen Sprung muss aber das ist ne gute Idee du kannst erst davor hoch springen ja oh ganz easy ok da bin ich zu langsam da bin ich zu langsam glaube ich hat doch nicht ja klar nein und ja wenn du das verkackst dann darfst du nochmal von vorne anfangen bin fertig lacker verkackter lacker ok nächste Challenge ist schwer so ok nein die ist leicht geht auf die Leitern hier unten auf die Leitern drauf und dann sprichst du einfach hier rüber German socks put volume to max and you will get mindfucked verstehe ich nicht ok ach overhead wieder Patrick freudig ja ich hab auch voll alter ach so ok bin voll gemeinfucked worden warte hin total warte hin keine Ahnung wie soll es da voll gemeinfucked werden ach so bleib ja overhead weiter kannst du mal die verkackte Schnauze halten ja hast du halt hier ein Head drüber aber es tut mich nicht und die Scheiße aufhör ey hast du gerade den Block abgebaut ja richtig weil die runtergefahren sind weil ich da oben die Scheiße abgebaut hab deswegen hab ich die Kacke aufgebaut auch wenn der Sprung da nicht schwer ist aber ich nicht weiter